Ich drehe mit Marty für Kika, bin bei Voice of Germany und trete bei Events wie Videodays oder so auf War, wenn das mal nicht News sind. Knücheln! Hallo ihr Lieben, ihr habt richtig gehört und ich werde das jetzt noch etwas näher erläutern. Ich bin jetzt eine Woche in Köln und eine Woche in Berlin. Kommen wir erstmal zu Köln. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass Marty eine eigene Show auf Kika hat und ich drehe mit. Ich darf noch nicht viel darüber verraten, aber auf meinem Kanal und auf Martys Kanal wird es natürlich Vlogs darüber geben. Einen Vlog darüber gibt es übrigens schon, da durfte ich noch weniger verraten. Könnt ihr hier oben anklicken. Da haben wir nämlich letztes Jahr den Pilotfilm dafür gedreht. So, da ich aber schon mal in Köln bin, werde ich natürlich ein Fantreffen machen und dafür wollen wir mal etwas Neues ausprobieren. Masterjam und ich haben gedacht, ja wir machen mal zusammen ein Fantreffen. Und dafür probieren wir mal Olloa aus. Kennt ihr noch nicht? Dann geht mal auf Olloa.com. Da könnt ihr nämlich euren YouTubern nah sein und ihr könnt die auch mal zu Fantreffen überreden. Wenn ihr euch dann nämlich als Fan anmeldet, dann könnt ihr euren Lieblings-YouTuber da anfannen quasi. Und der sieht, wo gerade viele Leute sind. Und ihr könnt auch mal da irgendwie so Fantreffen anfordern. Bei eurem Lieblings-YouTuber fängt mich da einfach mal an. Ich kann schon verraten, dass es am Mittwoch, den 29.06. sein wird. Aber erst im Laufe des Tages werdet ihr da benachrichtigt, wo das genau ist. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir testen das jetzt einfach mal, okay? No, Masterjam macht dasselbe dann. Ich werde vielleicht sogar nochmal einen Abstecher nach Frankfurt machen. Aber kommen wir zur Woche danach, da bin ich dann eine Woche in Berlin. In Berlin bin ich wieder bei Voice of Germany, aber nicht, weil ich selber singe oder so, weil ich eine gute Freundin begleite. Aber darüber darf ich auch noch nicht viel erzählen. Wird dann natürlich aber auch wieder einen schönen Vlog geben. Es gab letztes Jahr auch einen Vlog, wo ich hinter den Kulissen war und mit den ganzen Voice of Germany Teilnehmern so ein bisschen Musik gemacht habe und so. War sehr witzig. Gibt's leider nicht mehr online. Aber egal, gibt ja bald neun, ne? Und am Wochenende bin ich in Berlin dann auf den XXLTuber Days und da werden wir Masterjams neuen Song vorstellen, den er zwar mit Marty Fischer zusammen aufgenommen hat und demnächst auch, oder vielleicht auch jetzt schon, mal gucken, irgendwann jetzt so in diesem Zeitraum auf seinem Kanal hochlädt. Da aber Marty zu dieser Zeit ja noch in Köln für Kika dreht, ich aber frei bin, hat Masterjam mich gefragt, ob ich nicht mit ihm den Song da vorführen will. Und da freue ich mich drauf. Ja, das wird sicher lustig und ich werde in dieser Köln und Berlin Zeit bestimmt ganz, ganz viel von euch sehen. Videodays in Köln werde ich übrigens auch nochmal mit Masterjams den Song aufführen. Und höchstwahrscheinlich, das ist aber auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber höchstwahrscheinlich werden Marty und ich Shitschnacker auf den Videodays in Berlin aufführen. So, ich hoffe mit diesen ganzen Neuigkeiten könnt ihr leben. Ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, zwei Wochen werde ich jetzt mal unterwegs sein, ne? Bis dann, wir sehen uns vielleicht mal so live, live, live. Bis dann, tschüss. Kommt vorbei, kommt vorbei, Mittwochs 29. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo.